hallo mein graf freunde es ist wieder zeit für ihr seid meine freunde und ich habe auch wieder ein grundstück gefunden dieses hier ist von rapsus rapsus hatte noch ein anderes grundstück nur hal leider habe ich das nicht wieder gefunden das andere grundstück war auch richtig richtig geil aber das ist auch der hammer der hat hier wirklich mit ganz vielen details gebaut allein allein das tor hier vorne richtig genial auch die mauer finde ich cool dann hier die häuser wenn man hier mal so so durch spaziert und ein bisschen nach oben schaut das ist richtig mächtig beeindruckend finde ich also das hat auf jeden fall was richtig cool nur leider hat er hier kaum was eingerichtet das heißt moment mal hier war doch irgendwo genau da ist so eine tür hier ist leider bis auf fußboden nichts gewesen das ist ich glaube überall so wenn ich das richtig gesehen hatte vorher ich mal hier schauen ja zwar über einen anderen fußboden reingemacht aber leider nicht eingerichtet finde ich immer sehr schade genau hier kann man so hoch gehen da so rein aber ich finde ich finde ja das richtig geil gebaut richtig cool also das ist wirklich sehr beeindruckend was er hier gebaut hat muss ich wirklich sagen der hatte moment der mich ja ich habe hier eine lokomotive gesehen die war die war die war die war hier ist der friedhof okay sind die die weizenfelder hier ist noch sondern so eine höhle oder mine was auch immer so gehen wir mal hier raus wo hatte ich in die lokomotive da 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 die fand ich auch so richtig klasse ich finde ich finde ich finde er hat richtig viel fantasie hier also der macht das richtig gut finde ich hier unten geht es nicht sehr weit also geht nur bis dahin das ist halt nur so ein bisschen angedeutet aber richtig geil finde ich das und dann hatte moment da oben war noch das heißt erstmal will ich das hier zeigen erst mal will ich das hier zeigen er da noch so ein turm gebaut finde ich auch richtig klasse also richtig geil finde ich das wow okay dann hatte hier oben angefangen so insel zu bauen ich weiß nicht das sieht so aus als wenn er da noch irgendwie vor etwas hinzubauen weil er hat hier irgendwie offen gelassen also ich behaupte mal der will hier irgendwas noch hin bauen oder will er hier noch wasser hin machen oder keine ahnung auf jeden fall sieht so aus als wenn er dann noch weiter baut dann hier das luftschiff das finde ich auch genial finde ich auch geil gemacht hier mit dem luftschiff nicht schlecht also ideen hat er auf jeden fall das muss man ihm lassen hier der marktplatz fand ich auch schick den fand ich auch schick hier so marktplatz dann hier hinten so im freien frühstücken ist auch eine schöne sache nicht cool doch das ist bestimmt für irgend so eine party gedacht oder so grill party oder so also ich finde es cool wie gefällt das hat er richtig schön gemacht der hat quasi auf engstem raum das größte rausgeholt würde ich sagen richtig geil okay kommen wir zu den briefen moment erstmal eine schöne position suchen hier so dann fangen wir an mit dem brief von domi domi hat auch ein domi hat auch ein bild gemalt dieses hier und beim brief hat seine mama geholfen lesen wir den mal vor hallo mies aus ich schaue gerne deine videos auf youtube ich finde es toll wie du deine pistenhäuser und redstone systeme brauchst mein camp und survival pistenhaus sind auch cool deine kommentare finde ich echt klasse nur manche ausdrücke solltest du beziehungsweise die anderen zurückschrauben da meine mama sonst pickel bekommt ja ich hoffe deine mama ist wirklich hübsch weil naja weil ich dann einfach hoffe dass die pickel da nicht mehr ganz so viel ausmachen nämlich aus dem ganzen grund ich kann die anderen nicht wirklich davon abhalten ich meine ich achte explizit immer darauf dass ich mich an einen gewissen wortschatz halte jedoch ja die anderen habe ich nicht so wirklich unter kontrolle kann ich auch nichts für ok lesen wir weiter mein youtube account ist blogbomber kannst mal vorbeischauen nur werde ich mal machen ich versuche auch immer deine systeme nachzubauen bin totaler fan von dir übrigens ich bin 9 und habe mama gebeten diesen brief an mich für mich zu schreiben entschuldigung ganz liebe grüße und macht weiter so und besser donnie ja vielen dank donnie und das bild das hat mir ganz besonders ausgefallen weil das ist so ja ich weiß nicht ich finde das cool irgendwie gefällt mir das richtig ich habe mir das wirklich lange angeschaut das bild das ist so einfach und doch so schön wie gefällt ok machen wir weiter mit dem nächsten brief der ist von jonas und jonas schreibt hallo lieber name ethos hallo jonas ich bin jonas und bin elf jahre alt ich bin ein großer fan von dir da ich viele videos von dir schaue weiß ich dass du fast in allen sehr gut gelaunt bist ja das liegt einfach daran dass ich spaß dran habe insbesondere an minecraft weil minecraft ist derzeit mein größtes und auch mein liebstes hobby also ich liebe mein kraft und ich werde es wahrscheinlich auch niemals aufgeben wahrscheinlich bin ich deshalb so gut gelaunt weil es einfach spaß macht okay ich habe auch einen truck für dich gemalt ich hoffe er gefällt dir richtig der hat ja noch ein bild gemalt nämlich diesen der hat auch daran gedacht minecraft drauf zu schreiben auf den truck wo es auch hingehört nämlich auch die auf den anhänger und dann unten da hat er sogar den arm noch von mir dahin gezeichnet finde ich auch richtig genial moment mal ist das ja mal mit tnt okay das macht mir jetzt sorgen okay über ein autogramm würde ja über ein autogramm würde ich mich freuen bitte grüße jama und kalle von mir mach so weiter du machst gute videos und das ist gut so tipp resource pack conquest die ja konkret habe ich mir angeschaut ist zwar ein sehr schönes pack aber nicht unbedingt mein pack ist nicht so wirklich was für mich dieses pack aber es ist ein schönes pack ist ein milder alter pack und gibt es auch für sehr viele versionen ich glaube auch für die 18 ja hier schreibt er auch für 1.8 gibt es glaube ich auch in anderen versionen ja gibt es auch für andere versionen okay liebe größe jonas ja vielen dank jonas fand ich ganz toll also truck gefällt mir finde ich cool doch okay dann hier noch mal das grundstück und ich will mal gucken wie es bei nacht aussieht das heißt schalten wir hier mal um auf nacht doch auch bei nacht macht es noch richtig gut was her finde ich coole sache das ok und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten mal so 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 so